Zwar noch nicht richtig geschneitzt und kein Bit, aber immerhin schon eine Weile wach und ja, ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag voller Kraft, voller Saft, voller Ahnen-Power und vor allem voller Jetzt-Gefühle. Morgen ist Morgen und das ist noch nicht da und gestern ist Geschichte. Also sei jetzt und heut da. Man schau einfach mal, was der Tag heute ist für dich hat. Bin mir da ziemlich sicher, er hat eine Menge für dich. Und für mich. Ciao.